Behandlung einer perfekten Lippe mit Volumenaufbau bedarf unterschiedlicher Techniken in der Lippenunterspritzung und einer dieser Techniken werden hier gezeigt mit einem Zwischenergebnis, wo nur die Unterlippe zunächst erstmal gezeigt wird. Und hier sieht man das und nun, wenn die Oberlippe auch gemacht wird oder behandelt wird, dann wird man relativ schnell merken, wie harmonisch sich das Ganze im Gesicht dann einfügt und die Oberlippenbehandlung verläuft entsprechend und mit der Filtrumbehandlung, also der Liebesbogen oder der Armobogen, entsprechend sieht man hier, wie schön harmonisch jetzt die Ober- zu Unterlippenverhältnis zueinander passt und das gesamte Aussehen perfekt erscheint. Untertitelung des ZDF für funk, 2017